Lappen, ne? Was ist los? Flame is lame, enjoy the game. Meine Fresse, das musste er auch noch in den Chat posten. Das ist der Hammer. Als ob das nicht so schon alle mitkriegen. Nein. Seine Gintech-Weisheiten, ey. Ich mach nur ne gute Spielatmosphäre. Jo. Die brauchen wir jetzt auch, wenn Dick Kler und Noxus Bobby zusammen in einem Game sind. Warte mal, ich will dir mal eins grafisch darstellen, okay? Was willst du darstellen? Wie? Also... Client muten. Ich? Tabellarisch? Ja. Ne, so. Ne, so. Ja, was? Ui. Der ist oben. Achso. Machen wir Doppel-Tremel. Na klar. Doppel-Tremel. Na klar. Doppel-Tremel-Tremel-Tremel-Tremel-Tremel-Tremel-Tremel-Tremel-Tremel-Tremel-Tremel-Tremel. Der ist jetzt gebannt. Der Gegner war einfach zehn Jahre lang am Band. Ich weiß gar nicht. Na sicher. Na sicher. So viel Kompetenz gehört nicht dazu, League of Legends spielen zu können, Alter. Wenigstens annehmen. Champion-Picking, ey. Das ist... Suche neuen Midlaner. Bin da. Bin da. Bin da. Blitzkrieg-Mitte oder was? Wie? Ja, weißt du? Ey, haben wir jetzt eigentlich Elo verloren? 59 Minuten, Mann. Jo, Killer. Ach stimmt, du hast Porn-Chimp auch verschissen, Mann. Du bist so ein Missgeburt, Alter. Warte mal, haben wir auch Elo verloren? Bei dem Team? Ja, drei Punkte. Zwei Punkte. Was? Zweiundzwanzig Punkte nur noch? Klö, macht uns einfach fertig, ey. Oh mein Gott. Zweiundzwanzig? Ich hab'n 22. Okay, ich bin dafür, dass wir Mitte rausschmeißen und zu viert spielen. Gute Idee. Wen nehmen wir jetzt mit, Mann? Jetzt brauchen wir einen Noss. Wo ist der? Wir brauchen ihn jetzt. Jetzt brauchen wir noch einen Toplaner. Oh. Ich bin für ARA. Was? Alter. Oh Mann. Ich hörte das vorhin schon verschissen anzunehmen. Da hatten wir schon mal 5 Minuten Strafe. Deswegen hat er jetzt eine Stunde, ey. Klö ist so brand-recorded, ne, ab und zu. Ah. Ab und zu? Ja. Hey, Klö. Klö. Was? Oh mein Gott. Diese Aggression. Nee, meine Freundin. Ich schwör' dir bei Gott, Alter. Was? Oh, Boilerei. Mies. Mies Stress. Oh Gott. Brauchst du eine Beziehungshilfe? Ich bin immer für dich da. Ich brauche keine Beziehungshilfe. Ich brauche einen der Menschen verschwinden. Er ist einfach ausgerufen. Du brauchst da so einen Auftragskiller, oder was? Alles, was ich gerade verinnern kann, dass dieses Kind geboren wurde. Ich bin da. Ach, das sagt meine Mutter zu mir öfters. Ha, Alter. Das stimmt. Verständlich. Gibt es irgendwen, der schafft, dass Baby einfach von der Erde verschwindet? Alter, ey. Nein. Jo, ne. Achso, klar hast du dir den Push angeschaut. Ja. Schön, dass es bei dir stand. Ich habe anscheinend einen kleinen Scheiß. Mini-Geszen, das Jungs stand bei mir die ganze Zeit, der eine Typ sammacht. Boah. Okay. Wenn du mal die Töpfchen aussiehst, ist das auch nicht toll? Nicht. Also warten wir mal ein Stündchen. Und deshalb klemmt dich deine Schwester da zusammen? Oh, also. Also. Warten wir einfach mal ein Stündchen, Alter. Heftig. Sehr verrückt, Mann. Stündchen, kann man doch mal warten. Besser Midlaner wo gibt. Club Funky Freak will mitspielen. Ja, aber Toplane, ne? Ich bin Midlane. Er hat geschrieben, er ist der beste Midlaner. Ey, Nosk ist gleich da. Dann können wir warten. Ich brauche noch 10 Minuten. 10 Minuten ist weniger als eine Stunde. Jo, in 10 Minuten kommt die Stofffinale von Walking Dead. Ja, jetzt kann man da angucken. Easy. Jo, bin mal eben die Ukraine-Krise rausklären, Jungs. Jo, bis gleich. Für da. Wir hatten gestern erst mal easy mit dem dritten Weltkrieg, okay? Was ist da los? Was ist da los? Alter, warum hast du Verzerrer drin? Ey, wir brauchen jetzt einen Midlaner. Klar, wir müssen eine Stunde warten, weil er ist verkackter zu picken. Nochmal Toplaner. Ich bin Mitte. Oh, man. Und was? Das ist soweit. Du hast die Erlaubnis, deinen Stimmpferzerrer auszustellen. Ey, du musst jetzt online kommen. Das ist sogar ernst gemeint. Das ist sogar ernst? Nosk, du musst online kommen. Hast du das eigentlich schon? Ja, ich komme dabei, ich komme. Okay. Also, dazu sage ich jetzt nichts. Online kommen, Mr. Nosk. Ja, 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 ja. Geh bitte auch offline. Ja, es ist aber Zeit, hier. Hallo? Hallo? Nozk. Ja. Lass mal Schere, Stein, Papier machen, wer Mitte darf. Bei mir ist das scheiße KG, Mitte der mir wusst. Okay, gut, ich nehme Papier. Du auch, nice. Ich nehme Schere. Ui. Wurst, ich nehme Papier. Oh, okay, Du hast gewonnen, du darfst Toplane gehen. Schere, Stein, Wurst? Jo. Eine Schere Steinwurst? Was ist das denn? Ja, Schere Stein oder Wurst halt. Gibt's da nicht noch? Wüsste ich nicht. Ein toller Aufklärungs-Push von Poppy Noxus Typ, ey. Ich kann dich annehmen, oh Gott. Was? Oh lol, ey. Was? Oh, ich bin die. Ja, sind wir. Ich bin nur 5 Barans. Was? Wurst oder wir glauben dir kein Wort. Jungs, ich bin der Zweitwichtigste, ne? Versteh ich nicht. Für mich auch nicht. Vielleicht, ich seh was passiert. Ja, macht einem immer das Leben schwer. Ne, nur League of Legends. Plus 1. Mhm. Mh. Pick me a Trash. Okay. Oh, ärgerlich. Ich kann nicht picken. Oh, was soll ich tun? Bann, der geht noch bei dir. Warten wir mal ein Stündchen, ne? Oh, Jungs. Oh, Fischl Sticks ist open. Mann, ey. Ich kann nicht picken. Ich kenne dich, ich hab' nicht den… also… Ne, weiss' schon. Ich versteh' nicht. Hä? Hä? Oh nein, ey! Oh man, ey ey. Meister, Switcher Oh, so kurz eigentlich Au Die neue Staffel The Walking Dead ist noch gar nicht draußen Doch, auf Fox läuft sie schon Auf Fox? F-O-X, ne? F-O-X, ne? Also beim... Was? Bei Jinta läuft die ganze Zeit nebenher auf dem Fernseher Fox Damit er ja nichts verpasst Auf Fox läuft nämlich immer das aktuellste Also, les mal... Nee, 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 nee Nein Filmen aus, holen aus Kann ich jemanden schon mal picken oder lass uns das ziemlich einfach alles? Okay Pick me Draven Was soll ich picken? Draven Draven Geht nicht Oui Ist die Synthop oder was? Was ist denn gegen die Synth girl? Ich bin einfach Renekton, fuck this shit Bei Renekton Macht er Spaß? Nö, aber er ist solide einfach zu spielen Ja, er darf Carcoult nicht flittern Ja, der macht vorher viel Spaß Knall macht er nicht Das ist zu einfach Das ist zu einfach Das ist zu einfach Ui Hm, was soll ich junglen? Jo Jax? Jax hab ich nicht Oder Taric? Hab ich nicht Carcelin Jeder hat Taric Ich hab leider nur Evelyn Amomo Amomo Jungs Ramos The Twitch Und ein Cillian Cillian kann ich dir noch anbieten Oh, Carcelin nicht gebannt So, wie wärs mit Soll ich mal Trundle spielen, Jungle? Ist richtig schön beschissen Wär Timo nicht gebannt? Oh mein Gott Oh Mann Jax oder Trundle, Leute? Trundle 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 im Jungle? Hm Ja, das musst du jetzt entscheiden Gib mir Jax oder Trundle Bis? Hahaha Du bist so schlecht Oh Mann, ey Jintag ist einfach die ganze Zeit nur am tollen, ne? Jungs, schauen wir uns das auch Schauen wir uns das auch Irgendwann Kriege ich den einfach aus den Appentastischen Einfach raus Und das ist Tockseg? Ne, das ist einfach nur realistisch Oder? Elise ist auch noch oben Ach Ach, nicht so gut Was willst du mit Elise, ey? Der wirst du nicht reich Mit dir mach ich sowas nicht Nee, nee, nee Alter, du brauchst nicht mit mir tauschen Außen hier hast du noch Smite drin, Jintag, ne? Und ihr müsst schon den Supporter wegziehen Ihr könnt das langsam machen, ne? Das wäre cool Alter Es geht nicht, es geht nicht, es geht nicht Ui Mann, Spaß Mann Wir schaffen's noch, Mann Wir schaffen's noch Oh Danke für die Ere Accept Oh, Mann Man Hoffnig spielen wir wieder gegen FC Knoppers Das wäre der Hammer, ey Ist das der echte Shushe mit? Uiuiui Uiuiui Sag mal ist das ein No- Ich wollt grad sagen, ey Ist das nicht echt Shushe? Jaja, das ist er Ui Schon wieder? Ich hab letztens erst gegen den gespielt und der ist scheiße Ui Die haben zweimal Teleport Rippin' in Peace-Botlane Hahaha Oh man, ich hab Monat gekippt Das nächste Turnier ist wahrscheinlich nächsten Monat wieder irgendwann Mhm Oh ja, das ist echt richtig schuschell Noss, bist du gut drauf? Wieso hab ich nicht toppen? Ach ja Wow, die Morgana hat 88 Morgana Games Uiuiui Nein, versteh ich nicht In dieser Season Das ist ein Nazi 88, weiß ich nicht Oh mein Hey, das ist wirklich schuschell, lol Ja, haben wir auch festgestellt Was ist? Das ist echt Einzig wahre in Season 1 Ich spiel gegen Shusha Ich spiel gegen Shusha Ich spiel gegen Shusha Keine Sorge, es ist der Shusha, der jetzt gefickt wird Ups Ich glaub, ich glaub die Ghosten Soll ich Shusha spielen? Ich spiel in Ghosten? Ich spiel in Ghosten Ich spiel in Ghosten Oder das ist Aufnahme? Ach wenn Cool Oh ja, das ist eine Aufnahme Ups Team Inmade Team Das hab ich nicht mitgekriegt Ups Alter, wir sind auch nicht mit Und dann Alter Hallo 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 Ich komm gleich hinterher Warten auf mich Warte auf mich Oh, oder bleib da und def Ich stehe def Okay, ich def Hört Warte mal, warte mal Ich muss mich ordentlich hinsetzen So, jetzt können wir Moment Moment Muss ich ihn noch mal ein bisschen drehen Okay, los Das macht mich aggressiv Ich mach ein Sandwich, ich komm von vorne Okay Okay Ich mag von hinten Das Sandwich ist keiner da Anlassen weg Wo sind die Robauken? Ich bin weg Warte, sie sind Boah ey Hast du auch ne Pfeife? Die machen hier irgend so nen Schei Ohhhhh 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 Katharin, äh Die sind, die sind, die sind Oh Gott, wir sind da tot Oh Gott Wow Was für ein Massaker Nein, nein No please Mami Danke lieber Gott, dass ich mit sowas spielen darf Pull jetzt ein Kelk, pass auf Ich kann den nicht pullen Auf Warn Spaß Oh man Man Teleport mit seiner Verläuft gut bisher, finde ich Finde ich ja auch Läuft richtig Schnicke Perfekt Boah, ich verliere jetzt so viel Oh, oh mein Ja, nicht nur du, ich verliere hier oben ein halbes Level Und ich hab mit W angefangen ganz, ganz schlecht Äh Mhhh Also aumentest du nur noch Feindlichen ein bisschen n die 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 das so ist es tausend sechs und dann gewinne das Spiel okay doch noch das Problem ist ja nicht so schlecht spielen ab und auch 500 so los ich durfte schon mal in den Spielen es ist so ausreichend Okay, dieses ist nur dein letzter. Diese. Aber anfangen. Das ist ein bisschen krass. Stefan, ich geh in Ruhe. Oh shit. Du magst irgendwie Morgana-Kuh, oder? Oh, ich krieg den. Oh, ich krieg den. Ich bin doch weg, Alter. Achso, die Scheiße. Wai ist mit so ein Kommer. Wai kann zu Botlane kommen? Wie wärs mit ner Kette? Wie? Wai. Was ist auch was hier? Die ist unten, wahrscheinlich. No. Da spielt der Kassel den. Oh, ich leck wirklich ein Mist. Ja, ich auch, ich hab. Konstant 90er bis 100er Pin. Das sind die Dosen wieder. Danke. Kein Problem. Alle vorbereitet. So. Okay, dale wir mal! Nice. Wo wir auf dem Raum gehen? Stunt? Stunt? Ich hab drei Pots, Brody. Ohhhhh. Ich komm. Please lasst es seid! Hallo! Hättest du willkommen, wärst du nur geduldig gewesen, oder? Hättest du jetzt Auto-Tecke? Nein, ich müsste es gerade noch erklären. muss aber gut geschluckt er hat hier drin auch ein wort stehen wo ich jetzt hier umgehe mittel eines mit dem topgain pass auf können die töten ich wollte ja ich hab es einfach der show wie der jinder wieder der reist die place Tja, Standard hier, ne? Danke, Genie. Boah, wie nicht, ne? Aber das verstehe ich jetzt nicht. Den hättest du ja jetzt aber, ne? Chinda kann fast so flüssig ironisch sehen wie ich. Okay, wir machen das noch. Ironie is fuck. Ironie, hallo? Keine Sorge, dein Red Buff ist... ...gewordet. Da war einer, ne? Wunderbar. Warte, bin ich dumm. Das wollen wir jetzt mal, ne? Hier, der Toplane back. Why is botlane? Why you do this? Wer ist Toplane dabei? Botlane. Hat der einen CP dabei, was ist denn ne Schwuchtel? Nimm das zurück. Eine teleportanische? Eine teleportanische Schwuchtel. Ist richtig. Oh, die werden Botlane so campen, ne? Mit ihren Kack-Teleports, also krass, der hat nur so'n Kack. Die haben jetzt zwei Teleports, ha. Da ist Level 6 jetzt. Ripp in Peace. Wenn du das halt gewartet hältstern, dann bist du da für Hip. Die Hip, hopp. Hippity-Hip. Da ist die Hip, Hip, hopperi-Hip. Hip, hopperi-Hip. Hip, hop, hopp, hopp. Hip, hippity-hopp. Hip, hippity-hopp. Uuuuh. Puh. Nice. Krass, ne? Na, lass ich mal ein bisschen pushen, dass wir die Minions scalieren. Hier ist gewartet! Woher wird bestimmt das Wort kommen? Ramos approves. Nice. Äh, ich glaub der Lee Sin, da geht in den Jungle und wurde den Klee. Hehehe. Okay, ich setz mich hin und ich empfuck das. Hier ist gewartet! Moment, pass mal auf Bot, ne? Ähm... Oh ja, lass doch in jedes Teil rein, ey. Ey, Bot! Ich bin gleich gelifet hier, ne? Pass, BotLine auf. Schuss, ich könnte halt teleporten, ne? Ey, Bot, hier kommt! Trash, hier! Wai, 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 wai! Kommt! Wai, 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 wai! Pass auf, ich bin nicht da! Ich war low! BotLine wird kommen. Die kommen auch, ne? Lass die Handen! Lass das Puppi! Pass auf, pass auf, pass auf, pass auf! Im Gebüsch halten! Die hat nicht im Gebüsch geworden! Ich bin auf dem Weg! Weil mich an dem hoch... Ja, Moment! Ey, die kommen alle! Ja, ja, sie ist tot! Auch tot! Wie, ich bin tot, versteh ich nicht! Ne, Rippe! Ja... Wow! Das war voll dumm! Das dann, genau dann LeBron back musste, war halt scheiße! Hm, hm... Ja, wir haben keinen bekommen! Super! Die ist ja grad noch mal gut gegangen! Blue schon! Du bist einer von uns zu flashen! Oh, nice! Pass dort! Mein Blue! Hier... Voll wenig warm! Ey, good job! Good job! LeBlanc... 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 LeBlanc OP? LeBlanc... LeBlanc und... LeBlanc... LeBlanc versus LeBlanc ist LeBlanc... LeBlanc... LeBlanc ich nicht! Du auch nicht! Du auch nicht! Oh, du bist grad nicht... Ich geh dort! Den hau... Ah, krass ey! Du musst mir notieren, Moment! Was ist echt? Ja, Moment! Das ist auch nicht gut! Das ist richtig! Ich glaub... Mitte ist gefunden worden! Ich glaub ich mach den Geist hier! Hey, ich helf dir! Danke! Ein Problem! Ich glaub ich müsste... Statt der Geist Back mit CP komm gleich wieder... Dann kann man gleich behalten... Müsste mit CP jetzt Back gehen und gleich wieder kommen... Weil in der Nacht kommen wir wahrscheinlich da eben... Wenn du da eben kommst... Wenn du da eben willst... Okay, okay, okay... Weiter kurz... Okay... Aber um das Viech! Boah! Oh, er hat keinen holen! Hat die geholte! Ja! Good Job! Top! Oh, Kassadin, Kassadin, komm, komm! Top! Oh Gott! Und sein Backbotton! Und sein Backbotton! Ja! Oh, er hat keinen holen! Oh, nein! Ich bottet, glaub ich, wieder weg, oder? Oh, gar noch komm nicht! Puh! Stimmt sein Backbotton! Ich glaub ich, ob er erreicht hat! Boah! Wie wir uns Shushay einfach wegbotteln lässt! Ich dachte jetzt, er geht drauf! Ja, aber es war ein bisschen Angst hier, ne? Wir lassen uns einfach gehen! Hast du Respekt vor Shushay? Mr. Lost? Hey, nice! Ne... Also, äh... Ich weiß nicht, wie lange er noch macht! Keine Ahnung! Sondern er... Spaß macht! Ich wollte da... Das Mann! Das muss kurz aufkommen! Kassadin ist jetzt Richtung Bord! Kassadin ist Richtung Bord! Kassadin ist Richtung Bord! Teleport! Teleport! Nehm... I forgot! Ich dachte nur, der Kassadin hat das Telefon! Ey, das ist ein WTF! Das war voll sinnlos! Ich dachte, der Kassadin hat keinen Telefon, wenn er der Top ist, aber... Ja, das war die Sinn! Kassadin läuft hier blöd über mir rum! Die machen Drake! Aber wir können ihn nicht hinnehmen! Ich hab keine Chance, aber was zu machen! Alles vorbei! Easy! Silver Farm! Alamero Dorn! So, die Sinn ist wahrscheinlich bei euch zu tippet, oder? Kann es sein, oder? Hm, aber das ist... Ich weiß nicht! Ich weiß nicht! Ja! Ich hab keine Farm wegen dem Scheiß! Der kommt wieder, ne? Wir haben ihn schon gesehen! Was geht denn? Full Tank, okay? Solo doch! Achtung! Weih! Mitte! 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 Wollen wir? Wollen wir? Wollen wir? Wollen wir? Ja! Ja! Ist okay! Achso! Ja! Ja! Ich kann da nicht mehr weiter rein! Wir waren schon zu weit weg! Und Weih ist auch noch in der Nähe! Ja! Weil kommt bestimmt gleich Botlane mit ult! Ich glaub nicht! Die Leute kommen top! Ich kann ja die oben so hart geben! Ich bin einfach safe! Es f*** keiner haben! Kann überhaupt zu sterben! Okay! Ich geh gleich nochmal back, denke ich! Oh ne! Weih ist Mitte! Weih ist Mitte! Weih ist Mitte! Leute! Warum schlägt der nicht schon wieder? Schlägt einfach nicht zu! Unser Blum musst du gleich abschalten! Jo! Da ist er! Wow! Du hast grad ein Bein getotget! Weih! Kannst du dir das draufschreiben? Komm ich komm ich komm! Oh fuck! Oh fuck! Oh fuck! Good job! Okay! Du hast gerade ein Bein getotget! Bei bei einem Flash Leute! Oh! Oh! Wir haben auch Kassel und! Ist er teleported? Ne! Hat geklappt! Ich glaube, hier ist irgendjemand. Ja, Wei könnte da sein, aber hat keinen Flash. Ja, dann komm auch. Ich komm. Ja, Wei ist hier. Komm mal. Ja, ja, ja. Wired ist tot. Morgana, Morgana, Morgana. Oh mein Gott. Ich krieg keine Kills. Ich brauch Geld. Geh einfach weg. Easy. Wie ist es? Geh weg, geh weg, geh weg. Ich finde es okay. Leute, der Auto-Tank. Oh, das wäre so geil, hätte ich den Kill bekommen, hätte ich so viel Geld bekommen. Fuck. Jack ist bald, ne? Okay, dauert noch zwei Minuten. Michael, bevor ich hier, ja, zweitens mal ein hoher, so wie du trotzt. Michael, warum bist du so schlau? Den Gang wollte ich aber baiten. Ging ja eigentlich. Den Gang wolltest du baiten, indem du einfach mal Varus-Ultis schluckst. Ja. Das ging ja. Hat funktioniert auf jeden Fall. Morgana hat mich mit ihren sieben Autotexten getötet. Sieben. Hast du mitgezählt? Strickliste geführt. Strick. Strickliste. Ich stricke halt gern. Problemchen? Problemchen? Mit dem Strickchen? Mit das miss, mit das miss. Oder ist die ganze Zeit eigentlich miss? Mit das die ganze Zeit miss. Oh, ich höre. Der Dragon muss jetzt dann wiederkommen. Ja, die sind alle toll. Push-Bot, ne? Von der Dragon. Ja, wir sind reingepusht. 3-1-4-2. Warum so geistkranke? Was, wir können nichts pushen, wenn drei top sind. Und die Teleporter haben wahrscheinlich beide wieder. Oder hat Katzen ge... Ge-used. Ne, die haben nicht. Die hast du auch von der Ge-used so weit. Sicher. Wenn man auf Tower TP dann ist, ist die Hälfte cool dann wieder da, ne? Ah. Ja. Aber können nicht so richtig pushen. Nein, die pushen als Hauptmann. Und da haben wir die raus. Ja. Die haben Kassadin gepickt. Könnt ihr nicht bot lane nehmen? Schusche, ja. Nein. Wir können nicht bot lane nehmen, das ist zu gefährlich, Mann. Komm mit dir hin. Ah, lauf. Hast du hockt hier, doch kein Shield. Oh, go, 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 go. Nein, hab keinen, hab keinen, hab keinen. Go, 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 go. So, das ist schön. Oh mein Gott. Habe ich nicht cooler und cooler. Nein, das ist echt schön, Shay, Mann. Ja. Ja, das ist so. Ach, Tower. Piggy. Plus. Dauer, 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 Dauer. Dauer und weg. Die sind fast alle voll High Diamond, ne? Ja, das ist sehr schön. Können die töten, Mann. Ja, wenn ich Ehe habe. Vier Sekunden wieder. Ja, das ist... Oh mein Gott. Ja, das würden einfach wecken sollen. Scheiße, bist du noch hinten? Ne, jetzt bin ich weg. Oh. Oh. Ich hatte echt ewig CD auf meinem Ehe gefühlt. Ja, ich hätte auch cool noch mit Hook und League. Egal, Tower für 2,4,1. Wow. Oh. Wow. Oh. 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 Mr. Lee, please. Mr. Lee. Nice. Arschloch. Nice. Ja, der Lee flasht da auch noch rum, ne? Lee kein Flash. Ich bin auch... Ich bin auch... Ich bin auch... Ich bin auch gefällt. Oh, wir brauchen... Bottler, wir haben zu play in Zauber. Ja, die gehen zu durch, ne? Ja, die gehen zu durch, ne? Und Drake? Soll ich Drake haben? Ich glaube nicht, dass wir ihn machen können. Ja, aber wir könnten ihn machen. Oh, die machen sie nicht. Ich kann ihn machen. Ich kann ihn machen. Ich kann ihn machen. Ich kann ihn machen. Die sind Low, man. Halt die Listen ab. Halt die Listen ab. Stopp. Oh, mein Gott. Nein, der Autodick war so close. Achtung, da kommt jetzt ein Tier an Bord. Von Kassa, oder nicht? Hier ist Kassa, nehmen. Pass auf. Ich versuche von hinten hier rein zu joinen, Leute. Ist Drake weg? Nein. Doch, äh, nein. Nicht gerne. Könnt ihr machen, diesen Low. Warte, ich wohne mal über die Land. Wollt ihr ein bisschen weiter raus? Raus, geh back. Ja, wend. Pull den raus, pull den raus. Raus, pull den raus. Wie wisst ihr denn, ey? Wenn die da reingeschippt, ey. Ich hab keine scheiß Letter geused aus gesehen, ey. Mitleid, mitleid, mitleid. Ich muss stopp, ich muss stopp. Live long? Ich glaube, ich gebucht. Ja, ich komme raus. Oh, hier ist Shushay, Shushay. Kann mir Eier helfen? Ja, ich komme. Ich töte den. Hier, Shushay. Oh, was auf, das kann man wischen. Oh Gott. Ich lebe. Oh Gott. Die sind wir, die sindbild. Inhergleich sind ja auch auf allez, Jawoll. Jawoll. Nein es ist so, dass er 물� single sagen hat. Ja, das machen. hab ihn. Hinον getan, meine der Konkurrennung, Major, komme dann die Leine. Oh mein Gott. Tötet den endlich. OK. Hab ihn. Ja, 배ke, können weg, weg, weg. Einfach weg, weg. Ihr habt den nicht... Oh, fuck. Ich hab ne Letterman. Schild. Okay, ich... Geht weg, geht zurück. Jetzt gehen wir raus. Jetzt müssen wir auch raus, langsam, Alter. Bisschen Action-Vaction. Yeah. Das ist mein Michael. Michael hat's überlebt. Mikaela. Oh, ho. Oh, man. Wann bloß nochmal da. Der ist da, ja. Der ist da, ja. Kriegst du Top-Tor, vielleicht? Gleich. Ja, fähig. Das wär Hip. Das wär Hip Hop. Hip Hop, Hipidi Hop. Gute Arbeit, Brody. Okay, Blue have come. Leblanc. Leblanc. Unos Momente ist okay. Leblanc. Leblanc. Beeilung. Oh, oh, oh. On the way, man. On the way. Komm, man. Da kommt mal was. Ah, gut. Kalkuliert. Jo. El Calculare. Ich hab immer mal gehofft, dass es den David nicht kriegt, ey. Ne, der pusht Top durch. Tut er nicht. Ich komm ja noch. Grad noch fast am Wasser verschlummelt, oder was? Müssen wir aufpassen, ne? Na, wir müssen nicht aufpassen, das ist ein Top-Junger. Wow, die sind. Ich komm. Oh mein Gott, ich bin laut. Ja, du ripimpies. Boah, nein. Nimm die Laterne. Komm mal. Nimm die Laterne, ne? Nimm die Laterne. Die war auf der anderen Seite, da standen noch die anderen. Da nie und noch mehr. So, ich muss weg, ne? Sind alle Tops, sind alle Tops, sind alle Tops, sind alle Tops, glaube ich. Machen. Machen die Baron und Reden von seinem Kacken. Ich wollte da ne Pink stellen, ey. Lass da hingehen. Wir können das, Dev. Glaube ich. Ja. Na. So, er ultert dich gleich. Zu deep. Ja, geht raus da. Juhu. Ich komm mit Home-Platz durch rein. Na, ich bin da, ich bin da. Ich komm mit Home-Platz, wenn du mit Thresh ein bisschen näher rangehst. Lentin noch? Nein, nein, nein. Das ist zu deep, das ist zu deep. Leute, ich war nicht da, ne? Oh, die sind so low. Karthus. Nee, du hättest nicht reingezahlen, Apfel waren nicht lange nicht da. Das war viel zu deep. Na, deine? So. Das hat's mit X-Dead war aber nicht. Na, nee, wir hättest nicht reingezahlen, das war dumm. Ja. Ich war halt nicht da, ne? Der Plan muss einfach gehen. Ich hab mich auf den Map geschaut. 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 Ich hab mich auf den Map geschaut, glaub ich. Ja, wenn Varus schürpt oder so ins, dann DFG müsstest du den kriegen, Mann. Die haben keinen Protect. Die können immer die... Ja, ich war nur... Why? Weil ich dich protecten wollte. Ja, LeBlanc, die AD Carry Protect, ist, glaub ich, nicht so eine clevere Idee. Ja. Teleport pressure weiter bis 5. Kannst du den Dörbty auf der Wartlane rum? Lol Vi kommt hier runter, Achtung Wir haben echt wenig Vision, ne? Kassadin ist weiter im Bot Varus ist hier mit Vi Und dann wir gehen jetzt mit der Fall drauf Kannst du, kannst du, kannst du Nice, Mann Wir sollten vielleicht einen Innovator nehmen in der Mitte Acht Sekunden für mein E Wir sind geteckt, wir sind geteckt, die deffen das Wir haben keine Creeps, wir können nix machen GG, wo sind die alle heftig? Heil Jungler ist tot, ne? Ich weiß nicht, ob wir den nicht probieren können, aber das ist wahrscheinlich Wir können nur eine Ping stellen Ich will nur eine Ping stellen Jungler ist immer noch tot, ne? Wir können mit Ich weiß nicht, was ist denn? Ach Kassadin ist nicht mehr zu sehen 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 Ich bin halt auch hinten drin, wir haben fast Kassadin, aber Varus ist überhaupt nicht im Fokus, Leute Der macht was er will Ich war hinten, ich konnte nichts machen Richtig geiler Hook Oh, nice Oh, nice Good job Der Hook hat's jetzt wieder gerissen Nice Richtig gut Kannst du dich voll helfen? Ja, oh, oh Nice Nice Oh, schön Boah Oh, Juiuiui Oh, Juiuiui Hey, Big, was wollen die eigentlich von meinem Arsch? Die sollen nur auf dich gehen? Ja, ja, die Schnauze Der Hook von Thrasher hat das Game gedreht gerade, man Den ganzen Fight Ja, aber Drake ist ein König Drake ist ab, ne? Aber wir können den nicht machen Tau, 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 tau Und dann weg Lass Drake nicht verlieren, das ist schnell weg Ja, ja Ich stehe immer noch tot Blue ist ab Ready On the way to blue Ich war hinten halt gegen vier Ich hab drei Stun können, aber der Varus war halt auch die ganze Zeit Vorfragen Ich versuche hier auch ein bisschen zu peelen, das ist das Problem Und die Sinnen ist Tanky Mankey, der hält mich voll so ab vom Damage, Mann Ne, die gehen da, die gehen, die gehen Lass mal hier hin Pff, noch das Poppische Verstauen, ne? Ah, Bluber? Ja, ja, ich bin mit der Glaune, ne? Oh, die haben den Hm Varus Brot, okay, whatever Ah, Marus und Peck, ne? Ich hab dann, äh Ne? What's up? Du weißt Puh Sunfire, okay Ne, ich sag's dir Ich hab dann Ich will doch, ich will nicht wissen, was passiert ist Wo sind denn die? Jetzt sind wir wieder irgendein Busch die man in der Flanbeckson Home Bahus, äh, achterlie Mitte Leute, warum kam die Damage nicht raus? dieser minion war es ist immer noch gut wenn ich gewusst dass wir solche freiheit gegner kriegen dann hätte ich nicht jackskitcher halt immer ein bisschen spaß haben weil dann kriegst du solche tryharde ich bin da aber hier steht einer nein post ex ja das ist eine wort ohne blog hat er was kassel ist top kassel ist top achten da morgana mit banschies oh mein god kassel kommt kassel kommt das ist okay wir kriegen den klingeln nice kassel ist dann um mein gott wird sterben wenn er reingeht man was will er tun ja ja ich bin auf dem weg mit homagerat ich hoffe er holt mich einfach nicht die ganze zeit dann das ist ein richtig guter spiel endlich ich meine hier was war das denn jetzt für den facecheck da stehen zwei stück man da und da stehen da stehen wort mal hier rein ja ich muss weg jetzt gehen wagner gegen wort ja keine sorge ich hab ein pinkwort gekauft easy diese leblanc die setzt sich ein krass hm schlaue bursche ja ein klein wenig ja ok ok manchmal manchmal in ausnahm fällen wenn du nicht blitzkrieg spielst ja das zu mir kam die keine aber aber den den klär den muss man so einmal töten sonst ist es ja nicht lustig nur ein bisschen aber jetzt orakel ich geh bot lane falls das ok ich geh bot lane falls das ok das ist schon wieder dieser zetrax typ ich wollte ich mal mit bot lane nein der schreibt immer das gleiche kann es sein der copy paste was irgendwo ja uah beeilt ok ich komm baut 340 gold man dann hätt ich BOTHK ja diesen 1m defeat aus den Giffen der hat 100 pro cp oh der varus ist alleine ja ja ne sie sind alle da ja aber wenn du den gehuckt hätten wir den easy nehmen können ich glaub den hätten wir 5 mal getötet ey Morgana shield halt ne das ist übertrieben lass dich mal nicht so poken irgendwie weh bitte ja 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 lass mal nasher clean lass mal nasher clean lass mal hier ne ward rein stellen beim bluuuuuuu ja der kassler wird jetzt mega splitten halt ey steht da eine drin ja mach der schon das ganze game wir wollen jetzt bitte durch fresh thunder von der seite rein von der seite rein ja go 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 ey ich kann mein Ding nicht aktivieren jetzt ich hab die bei oh ich leb das hab mich er her hab mich er her ok man hab den Kassler hab den du kriegst den ey ich werd verrückt kreis Mafia wollen wir Beren versuchen ja lass Beren versuchen nasher 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 go 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 was wollen die tun wir töten die wenn die kommen wenn die kommen einfach draufgehen das ist gut der kriegt hinterher nicht mal der macht negativen damit ok die kriegen einen tower für baron und eine volle ohne fight ist so gut wir sollten jetzt was draus machen vielleicht botlane mal wirklich ein paar tower nehmen oder so, keine ahnung wir sollten vielleicht botlane durchpushen damit wir nicht gepusht werden wir sind alle jetzt kein teleport mehr, pass auf rennerkton ja musik habe ich halt ausgemacht wir sollten vielleicht botlane wirklich die ich nehme retter, dann abonnieren wir mit ja ja, push mal top noch ne wave pass auf muss bot jetzt auch aufpassen endlich, ich habe ein BOTRK gg lass uns jetzt groupen und pressuren können nicht viel machen dragon ist auch ab, dragon er müsste schon weg sein hm, glaub ich nicht pass auf, geh kurz weg und dann komm ich durch ja, kauf die home guard, der rhinos hab ich doch schon nein, da ist der äh nein, da ist gerade das gesparen bin aufm weg boah, wenn ich weg gewinne muss botlane pushen oder so obwohl, hier bin aufm weg mhm go, hast du talisman oh, die hat kuh benutzt, man mhm die sind eigentlich alle voll kacke um ehrlich zu sagen oh mein gott ganze frech nein, ich wollte den kill oh ey, what the fuck äh, what the fuck Kassas, please was hast du gemacht ey, wie hast du nicht oh gott dachte, kommst du pass auf, ne hm what stirbst du grad ja, kassin jetzt bot brüch krass, die sind, ne sind nicht ja, und das brüch brüch nur die zwei ja, einmal muss da jemand weg ist gestorben alter ja, einer muss weg ja, die sind und lassen sie nicht stopp oder warnt die sind keine die sind die sind vielleicht keine die kriegt den ey, wie saß denn hier oh gott der hat im kurs nicht aufgepasst das wollt ihr fighten ja, wir müssen ja, ihr könnt die fighten ich geh back, man sorry, wir gewinnen den fight so nicht doch, wir kriegen unsere base war es, war es, kommst ich komm nicht wir gehen unsere base an halt zu sagen gut ja, das war leblanc, ich weiß nicht ich dachte, sie war über free und dann hätten wir ja, und was, irgendwas ist das gemacht, alter ist alles zurückgejunked da war lezino lezino mal oben auf der lane irgendwo ja, der war bei mir ja, der war getötet grad, aber wow hättest du einfach bei bekommen das war scheiße tp pressure ist ziemlich bitter, wenn wir zwei offene nebiton haben das war ja auch nebiton, das ist ziemlich bitter, da muss einer permanent dableiben und da aufpassen mit großem was aus dass du band nicht gecaunt wirst mhm ja wir sind es band ein bisschen raus bis auf jeden fall top push grad ja, mitte push diesen bisschen das ist wichtig aufpassen dass sie gehen nicht den irgendwie wieder topback dann mit teleport Ich brauchst 500 Gold, irgendwie. Wir brauchen noch ein bisschen, ey. Lass uns bloß. Aber wieder hier, dann mach ich ja alles kaputt. Ja, warte ich. Geh kurz back und komm mit Home Guard. Überall ist jetzt zurückgemacht, Leute. Toplane Kasady, das hört sich jetzt auf Inip haben. Ist die Frage, ob wir wirklich trainen wollen oder ob wir es einfach fighten? Lass einfach chillen, kurz. Wir müssen fighten, wir können nicht nur 2 in Individu verlieren. Weiß ist auch oben. Wir müssen unbedingt mehr borden. Hast du ein Wort für da? Äh. Ich habe keine Items, Lutz. Ich habe 3 Worts da. Oder 4, 4 kann man sich kaufen. Und 3, glaube ich. Wie weit kann die da sein, irgendwo. Ich brauch noch ein bisschen Moneten. Unser ganze Jungle ist gefarmt. Kann ich bot? Ja, ich geb bot. Ach schon? Hä? Wo sind die Mann? Dann habe ich AI und dann mache ich alles kaputt. Oh, und jetzt war ich. Wir warten bis wir splitten, dass sie ihn ausbinden können und teleporten. Ach, passt schon. 200 Gold, man. 200. Brennkund 895. Weil die Strunde kämpft nicht. Dasüst ist gleich rum oder? Um Heiko zu kreieren. Ja. Kein Spot wäre er. Ja, ja. Clearing the wave. Pass auf, wegen Kassadin, ne? Sterb nicht, ne? Hat einer ne Wort hier? Kassadin ist hier, Achtung! Ja, ich... Bin da, ich bin da, wenn der kommt. Ne, okay, ich geh kurz weg. Ey, Lee will hier eventuell rüber. Einfach nicht catchen lassen, ne? Lange ist raus. Ne, wir müssen jetzt einen Spot wieder rein. Pass auf, Mitte. Ich hab Homeguards, wenn was loslos ist. Jedenfalls botclean. Bräuchte einen Coup out of attack auf Kassadin, und dann kann der ihn fighten. Jetzt hör mal. Ich hab ja nicht gegekortet, dann passt das. Wir hätten eben halt Bluebuff und so einen Coup. Ja, ja klar. Können wir nix machen. Kann nix machen. Oh! Kannst du weiter n Bot? Ja, okay. Soll ruhig. Sagt Bescheid, wenn du irgendwas sagst, ne? Ja, ja. Sind alle mit so. Ach, die Leute, wir sind da engaged. Lant in, Lant in, Lant in! Lant in, Lant in, Lant in! Okay, der Troll ist nicht so richtig. Boken, Boken, Boken. Nice! Hab sie eben. Töten. Wai, 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 wai. Nice. Alles Mana hab ich. Lol, der macht auf mich. Fighten, also Mitte pushen. Ey, der Bastard. Der push mit, der push, bitte. Bisschen für nen Bot, warte. Soll ich den abheilen? Ja, wir können pushen. Ich sag, Leblanc müsste dann back in. Ja, der push put. Da ist Elo. Ah, ja. Ja, lass den hier mit Tor rollen. Ne? Ich schaff das ohne mich. Naja. Ja, auf jeden Fall. Da war Vajos. Wir können, wir können eventuell noch Top Tower nehmen. Wir müssen jetzt pushen da. Ich halt den ab, ne? LaCasta den. Oh, töte den, töte den. Naja, ich kann nicht. Das ist zu risky. Wenn ihr da wüschen habt, bin ich aufm Arsch. Was? Der macht kein Intermensch. Kannst du denn da? LaCasta ist backgeported. So, ja, okay. Der hat Blue's auch ab. Barron ist ab, ne? Sollen wir gehen? Ah, das ist ein bisschen risky. Hier können wir nichts machen. Ich spreng runter, du kannst dir helfen. Bitte. Hier. Oder so. Bargage. Back. Wir müssen auf jeden Fall jetzt weg. Starr. Ich nehm kurz Red Buff. Ich bleib da. Ich hab Trinity Force jetzt. Und da bleib. Da bleib. Die werden die nicht machen können. Ah, ich hab Homebirds. Ich hab Pressure. In Bamdance kämen wir mit unserer Pressure mit. Wir haben keine Individu, im Gegensatz zu uns. Boom. Solche Spiele liebe ich, Alter. Ich bekomme sehr viel mit vom Spiel. Sieht man? Ich muss raus back. Na, ich geh da weg. Drake, aber lass mal nicht auf Drake gehen. Nee. Vielleicht warden und wenn die gehen, dann können wir Barron nur so'n kacken. Ich hab 2 Wards nicht warden. Also passt jetzt auf. Wir müssen auf gestern und auf Lira passen. Wir haben beide TP, ne? Das ist Meshawish. Wir müssen clearen und dann können wir die letzten. Ja, lass mal nicht an Deck durchschärmen. Wär voll cool. Oh, oh. Oh. Ja, ja. Können wir da rein? Ich holte einen Aufer. Oh shit. Ja, zurück. Nimm nicht zu viel Damage. Ich kann von hinten kommen. Geh mir raus. Ja, dann auf. Ja, ja, ja. Ja, ja. Der ist tot. Der ist tot, ja. Ja, die ulteten. Was soll die machen? Weiß tut euch. Okay, gut job. Wir können bannen. Ja, wir können. Wir können. Wir können. Wir können. Wir können finishen. Wir können jetzt so coole Sachen wie die Japaner machen. Die steigen auch so am Ende rum. Das ist voll cool. Wir sind. Achtung. Oh man. So. 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 Oh. Oh, ich werde schon nicht sterben. Loll, kannst du da ran? Zuwitz, zuwitz, zuwitz. Ne, ich geh da nicht hin. tea? Next turret noch, oder die Geh oder weg? Ja. Kaster tödt. K 혹시, wir können draufgehen. Oh, der kript! Ne, die turret, ne, die turret. Pass auf, ich bin nicht da, ich war zu low. Ein, pass auf. Nexus. Ja, finish, 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 finish. Finish. Finish, fail, fail, fail. Nein! 2 match is dead! 2 match ist dead! Yes! Ha! Chushey! Chushey kaputt. Oh Gott. Ist das der echte? Ääre. Ja, das ist der Shushay, ja, da ist Shushay mit. Ja, ja, ich meine, ich trage das noch irgendwo aus Ironie. Holy moly, ey. Schluss 27. Erstmal ein bisschen angeben im Chat, okay? Nexus Bobby größer als Shushay. Ein schönes Spiel, das war richtig geil. Mann, hätte ich gewusst, dass das so ein Tryhard-Team ist, gegen das wir jetzt auf einmal spielen, das spiel ich doch nicht, Jack's Jungle, man, alter. Ja, das ist so gut, ne, ach. Hätte ich bloß Frank Capocco, der Mensch, ne? Ja, wir haben eine gute Mitte. Plus 27, alter. Die waren alle D1, oder was? Nein, Diamant 1, Diamant 5, Diamant 3. Oh, ja, also nur 3. Ach so, gut. Also Diamant 1, Diamant 1, Diamant 3, Diamant 5. Also warum war Diamant 5? Der war aber auch im letzten Teamfight ordentlich vers... Ich hab geflasht und gestunnt und dann kam auch noch Thrasch, aber ich hab keine Chance. Jungs, davon wird erst mal ein Push gemacht. Ja, genau, Push. Nein, wie ich zweimal gegen Shushay gewonnen hab. Ah. Aber guck mal, mit Leblanc hatte Noxus Poppy keine Möglichkeit, irgendeinen von euch zu töten. Siehst, er konnte niemanden in euch reingraben, oder so. Aber wenn ich da spiele, dann nimmt er mal extra so Alice da, oder so, ne? Ich hab mal Dualcube mit BWE gespielt, das spielte Alice da, ne? Ich war, weiß nicht, ich glaub ich war Six oder so, ne? Du warst First of Fate, du Bastard und Chance 4-5-15. Ich spiel First of Fate, ne? Also Bast ist ein bisschen Toxic, ne? Ja, auf jeden Fall, ey. Ein bisschen rough. Dreimal warst Haus rein. BWE und ich haben uns entschieden, wir gehen jetzt hoch zu diesem Relican und töten den. Der spielt Alice da, ich war TF. Ich werde abstand zu diesem Renican, ne? Der übelst viel Schaden macht. Dann pulverisiert er, also steckt im Renican, und schlägt ihn direkt zu mir. Weil ich konnte mich im Einzug töten. Und dann lacht der und meint, oh, das ist doch mal deine Schuld. Oh ja, ich versuche, zu erklären, dass es mein Geschwind war, dass ich groß bin. Ich will da nicht sagen. Ja, wer entweidet jetzt?